Bevor das Video startet, folgt mir gern auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links alle in der Kanalbeschreibung und unter jedem Video. Würde mich sehr freuen. Lasst mich auf Twitch die 100 Follower voll machen. Lasst mich auf TikTok die 1000 Follower voll machen. Und ja, jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vortrag hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder einen Defranet Popular 150 Plus Level Parcours. Mal schauen, wie sie ist. 150 Level. Müsste doch locker auch mein 150. Level vom Charakter her drin sein. Wir lassen uns überraschen. Gratis XP für den Season Pass Stand drin gibt es. Es gibt ein Secret. Ein VIP Room. Und 1% haben die 150 Level geschafft. Wenn das stimmt, hat der Map-Entwickler seine Maps selber mal gespielt? Dann wird es da wieder richtig ekelhafte Maps geben. Biggest XP alle 25 Level, alle 10 Level Large XP und Very Level Medium XP. Mhm. Hier kann ich noch nichts aktivieren. Schade. Ähm, VIP Bonus Level. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir starten in die Map rein. Und sind gespannt. Äh, you can exchange gold for XP. Bin ich mal gespannt. Oh. LOL. Okay. Achievements become VIP finish bonus room. Na los, mach mal. Ich weiß gar nicht. Ist das die Map gerade? So, es ist offen. Es geht los. Okay. Es gibt tatsächlich pro Checkpoint XP. Okay. Es gibt tatsächlich pro Checkpoint XP. Okay. Ey, das ist nice. Ähm. Ähm. Okay. 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 ist chillig? Nein, was war das? Ähm, Mapcode gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Standard bei mir. Ähm, mach mal bitte hier. Danke. Level complete. Wir sind bei Level 20 angekommen. So. Da hin. Oh nein. Wer hat sich jemals so eine Level ausfallen lassen? Ausfallen lassen? Einfallen lassen? Mensch, ey. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Lol. Ja, nicht mit mir, Freundchen. Oh nein. Ey, kurz vor Ende. Geschafft. Hier unten gab's, da gab's nix. Okay. Oh, Sloane. Das mag ich bei den Wandfallen überhaupt nicht. Äh, dieses Zickzack-Gedöns immer. Warum? Auf jeder Map gibt's mindestens einmal. Sorry. Ja. Das tut dir gar nicht leid. Das war doch alles voller Absicht. Ähm. Wie hab ich denn das geschafft? Hä? Ui. Ähm. Kann es sein, dass der, dass die Map-Entwicklerin ein kleiner Psychopath ist? Ein kleiner Psychopath ist? Äh. Was war das? Ehm. Oh mein Gott. Es ist Arine. Osta estructz más. Oh. Ah. Wie? Oh. 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 das stimmt ich hab's geschafft nöööööööööööööööööööööö Ich hoffe es. Nicht. Die Map-Entwicklerin ist wirklich ein kleiner Psychopath. Wo geht es denn hier lang? Okay, warte mal. Wo gehen wir jetzt lang? Wir müssen hier lang. Da unten war die Öffnung. Ich muss auf dem Blauen landen. Okay, liebe Kati. Kann es sein, dass du Forts Endspieler nicht magst? Kleiner Trick. Nein! Natürlich springt mein Charakter wieder nicht ab. Ich versuche es trotzdem so. Ha! Ausgetrickst! Tja, Kati, was sagst du jetzt? Boah, zum Glück war hier unten keine Falle. Alter! Das ist gemein! Alter, bitte was? Ähm. Es gibt 98 EP mittlerweile? Cool! Ähm. Ich glaube das ist die falsche Richtung. Hahahaha! Was? Was? Alter! Nein! Nein! Was war denn das? Nein! 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 StopПsك! Nein! Yep! Alter, ernsthaft, oh man, ich hab's geschafft, nice Was, wie soll ich denn da hochkommen, hä, 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 ich verstehe Oh, also, Kati, bitte melde dich bei mir, machen wir noch mehr solche Maps Die ist voll cool Okay, 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 Moment, Momentchen Jetzt so weiter Ich hab's hinbekommen Das war fies Aber ich hab's trotzdem geschafft Hallo, kletterst du mal? Danke, oh nein Oh, warte mal Okay, wie war der da hinten, ist mies Hä, warte mal, das ist unfair, ich seh nix Äh, ja Yay Da unten ist nix versteckt Aber 100 Punkler, irgendwo, ne Falle Was? Dann trägst du mal Äh, oh, Moment mal Äh, nein, schmari, ich bin tot Äh, nein, schmari, ich bin tot Okay Ich mag die Map sehr, sehr doll Und hart Und Aber das ist grad echt ein Psychopathen-Level Hä What? Ey, wieso krieg ich schon noch 66 EP? okay Eiz 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 Ey, hier falle ich doch wieder tot. Das war mir irgendwie klar. Okay, Moment. Ja, ich habe es geschafft. Ich trick's die Level gerne aus, muss ich sagen. Boah, der war gemein. Okay, ganz kurze Frage, warum kann man das Level hier skippen? Ich weiß warum. Trotzdem geschafft. Oh, ähm. Hahaha. Okay. Oh, das war eine fette Münze. Oh nein. Die Fallen an der Decke mag ich überhaupt nicht. Kati, für die nächste Map, bitte. Keine Fallen an der Decke. Bitte. Und von der Seite. Boah, das ist gemein. Okay. Erste Stock Kaffee trinken. Jetzt geht's los. Aber jetzt. Der Versuch zählt nicht. Hallo? Zählt nicht. Zählt nicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich mag die Dinger an der Decke nicht. Aber ich hab's geschafft. Kati, warum tust du mir das an? Du magst anscheinend echt keine Fortnite-Spieler, hier würde ich mir ein Skip-Level wünschen. Okay, versuch 50.101 und 102. Ich berühre die nicht einmal! Und hier kann man auch nicht abkürzen oder so. Jetzt haben die hinteren wieder ausgelöst! Warum soll ich sowas nicht wieder hinkacken? Bitte! Jetzt waren wieder die hinteren! Warum haben die unteren immer so eine Verzöberung drinne? Alter! Und wieder die von hinten haben mich geholt! Alter! Wenn ihr wüsstet, was ist hier für Fratzenzieher bei dem Level! Ich hab's geschafft! Warte mal! Ich verstehe! Nicht zu weit! Nicht zu weit! Nicht zu weit! Nicht zu weit! Oha! Nice! Ja, nö! Warte mal! Ich lande genau drauf! Jaaa! Es war so klar, dass ich da drauf lande! Oh Mann, Alter! Warum? Warte mal! Warte mal! Habe ich jetzt nochmal so einen Doppelsprung? Also so einen Machtsprung! Joa! Oh nein! Oh nein! Oder mit Schwerkraft! Uhh... Jaaa! Weil da gibts hier oben nix! Oh nein Nein Okay Moment, Moment, Moment Nochmal auf ein neues Warte mal, ich muss alles neu machen Ein bisschen fies, oder? Hier wäre ein Zwischen-Checkpoint geil gewesen Hallo, aktivier doch mal Nein, nein Oh nein, ich muss wieder alles schon vorne machen Mann, hört doch mal auf mich zurück zu bouncen Oh nein Bitte Warum Da hinter ist ne Falle? Ja, ich nehme jetzt den toten Kopf Warum Kreis und Pfeil Warum ist da nichts Mann, hört doch mal auf, du Bounce-Kacke Alter Natürlich Das Bounce-Pad ist halt richtig Reudig gerade Sorry für die Aussprache Aber es ist leider so Also die Falle um die Ecke Schön und gut Aber Nee Nee, das schaffst du einfach nicht Doch, ich hab's geschafft Nein Nein Alter Wie lange sitze ich jetzt an dem Äh, einen Punkt hier Ich mag deine Map hier wirklich hart Aber das ist scheiß Ja, jetzt sterb ich an Vergiftung Das ist richtig kacke, Kati Also Das Bounce-Pad hätte dort nicht sein müssen 11.000 EP Okay Hab nichts gesagt Ich komm immer an das Bounce-Pad ran Ja, und jetzt falle ich natürlich schon wieder von vorne starten Ein Checkpoint wäre geil gewesen Als ich hier jetzt ein Checkpoint haben Wäre eigentlich richtig gut Und der Bounce-Pad So weit zurück Dass man an Vergiftung stirbt Das ist gerade echt nicht mehr lustig hier Jedes Mal Man kann sich nicht mehr da hochziehen Und was ist das da, bitteschön Oh, 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 oh okay das ist richtig mies gerade hier nein das wird eine lange runde das wird eine lange runde oh ne stopp NEIN warum macht man so ne level ich hab's geschafft NEIN was war das HÄH NÖ 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 EINHANDER warum die sind zu schnell weg Ja, ach, komm. Ey, die Map schafft mich gerade. Da bin ich gerade ganz ehrlich. Der springt nicht mehr, wenn die 30 Sekunden vor verschwinden sind. Okay, das tut mir leid, das ist jetzt der allerletzte Versuch. Danach quitte ich die Map. Weil er springt nicht mehr, wenn die Dinger am kurz 1-2 Sekunden vor verschwinden sind, springt der Charakter nicht mehr. Das ist doch nicht Sinn und Zweck. Hier, das ist doch nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Sorry, Kati. Dieses Level ist einfach... Nee, nee, scheiße. Das ist richtig kacke. Und natürlich beim letzten. Willst du mich verarschen? Kati, ich mag die Map wirklich, aber... Hier, schon wieder nicht. Du musst das besser kalibrieren. Du musst die Geschwindigkeit dort besser kalibrieren, sodass der Charakter wenigstens noch Zeit hat zum Springen. Wenn es in den letzten 2 Sekunden beim Verschwinden ist. Und mir kann keiner erzählen, dass hier keiner einen Ausraste hatte. Äh, äh. Ich wollte eigentlich aufhören, wenn ich das nicht habe. Niemand Skip-Level gibt es hier. Der hat schon wieder nicht gesprungen. Niemand Skip-Level gibt es. Das ist schade. Hier, schon wieder nicht. Ich drücke, ich drücke und der springt einmal nicht mehr. Hier. Das ist scheiße kalibriert. Jetzt springt er, wo nichts da ist. Willst du mich verarschen? Hier, schon wieder. Ihr habt es gesehen. Der stuckt dann immer in der Luft. Das darf... Das darf gar nicht sein. Sorry, Kati, aber dieses... Dieser eine Level-Abschnitt, der ist richtig... Nein! Richtig ekel... Ah! Richtig ekelhaft. Sorry, aber... Ach, komm! Und dass dann einige kurz da sind und die anderen länger, das ist genau so ein... Ekelhafter Mist. Ich mach's jetzt anders. Nö, man fällt runter. Ey. Okay, definitiv der allerletzte Versuch. Wenn's jetzt nicht klappt, ne? Kein Skip-Level, nix da. Alles klar. Nö. Sorry, Map ist hier erledigt. Ähm... Geht einfach nicht. Das ist... Von der Zeit her ist das richtig scheiß kalibriert. Er stuckt... In den letzten zwei Sekunden, wo die Plattform da ist. Da kann man nicht springen, weil der feststacken tut. Ähm... Dass einige schnell und andere langsam verschwinden. Okay, schön und gut, aber zeitlich gesehen ist das... Scheiße. Vor allem, wenn's schräg nach oben geht, wo man eh mehr Zeit braucht zum Hochlaufen und Hochrennen. Und ja, es ist so. Wenn du gerade läufst, bist du schneller, als wenn du hochläufst. Das hat... Epic Games so einen Vorteil eingebaut. Ich hätte gern die kompletten 150 Level tatsächlich gemeistert, aber es soll nicht sein. Tut mir leid, aber ich feiere die Map trotzdem. Nichtsdestotrotz, es ist eine geile Map. Und wenn ihr die Map selber spielen wollt, ähm... Nicht Creator Code, Map Code, gibt's in der Videobeschreibung. Vielleicht spiele ich so Offscreen nochmal, weil die ist wirklich geil. Und ansonsten, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt uns gespannt. Nächster Tag und... Bye, bye. Bye.